Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich war mal wieder auf der Filmbörse Neuss. Diesmal zum dritten Mal innerhalb des letzten halben Jahres, glaube ich, oder vielleicht auch des letzten Dreivierteljahres. Auf jeden Fall schon zum dritten Mal. Und ja, es war wirklich sehr entspannt, alles dahin zu gehen, weil ich hatte keine Ziele. Ich wusste nicht, was ich überhaupt gerne kaufen wollte. Ein paar Sachen hatte ich noch so im Kopf, wo ich mir denke, ja, die müsste ich mir eigentlich mal kaufen. Und ja, das meiste, was ich, sage ich mal so, sage ich mal, gesucht habe, das habe ich dann im Endeffekt auch bekommen. Ja, auf der Filmbörse in Neuss war es leider diesmal sehr, sehr voll, kann ich sagen. Und deshalb habe ich auch keine Aufnahmen von innen von der Börse gemacht. Ich wollte eigentlich ein bisschen was von der Börse auch noch zeigen, das hier vor dieses Video noch gerne schneiden. Aber das war mir persönlich einfach zu voll. Ich hatte da keine Lust dann noch so zwischen den Menschenmengen so rumzufilmen, weil das war bisher, glaube ich, die meistbesuchte Börse, wo ich bisher so war. Ja, aber wir kommen jetzt heute erst mal zu meinen Updates von der Börse selbst. Könnt ihr bestimmt Einblicke wieder beim Didi Meyers finden oder bei Moviloo. Müsst ihr mal gucken. Ich denke mal, die haben wieder was hochgeladen. Vielleicht ja sogar der Filmangler. Mal sehen. Ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch erst mal die Sachen, die ich gekauft habe. Ist diesmal gar nicht so viel geworden. Ich habe glaube ich knappe 140 Euro ausgegeben. Das ist für eine Börse, würde ich sagen, in Ordnung. Es ist nicht wirklich viel. Es ist nicht wenig. Es würde ich sagen so, es ist okay. Das hat man bei mir auf dem Kanal schon deutlich teurer gesehen, will ich damit sagen. Ja, dann erzähle ich jetzt einfach mal. Ich bin auf der Börse, bin ich da reingekommen und dachte mir so, sauvoll. Wo gehe ich denn als erstes hin? Ja, die ersten Stände und sowas hatten für mich nichts zu bieten. Nichts, was ich gesucht hatte. Habe ich einfach nur ein bisschen so drüber geguckt. Und dann bin ich zu so einem Stand gekommen, der eine Menge Bootlegs verkauft hat. Ja, das erste, was ich mir geholt hatte, war dann das hier. Für 15 Euro. Der neue Texas Chainsaw Massaker auf Netflix. Hier im Bootleg. Anders kriegst du ihn leider nicht. Ich möchte aber die Reihe vervollständigen. Und deshalb habe ich mir hier für 15 Euro dieses Bootleg geholt. Ich finde das in Ordnung. Ich hoffe, das Bootleg ist an sich auch gut. Ja, andere Möglichkeit gibt es leider nicht. Deshalb einmal hier das Bootleg ab in meine Sammeln. Ja, dann kurze Zeit später bin ich dann zum nächsten Stand gegangen. Der war auch wahrscheinlich, glaube ich, nur zwei, drei Meter entfernt. Und da habe ich dann direkt auch eine Blu-ray gesehen. Die habe ich so günstig auch noch nicht gesehen. Da bin ich jetzt sehr froh, dass ich die direkt mitnehmen konnte. Für den Preis von 15 Euro habe ich mir geholt Hobo with a Shotgun. Ja, der Film mit Rutger Hauer von 2011 ist er, glaube ich, der Film. Habe eine Menge Gutes drüber gehört. Was der Film im Endeffekt kann für mich, werde ich dann sehen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich fand Rutger Hauer fand ich ihn, wie heißt er hier? Hitcher, der Highway Killer natürlich fand ich ihn grandios. Und wie er dann hier ist, werde ich dann sehen. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf. War auch ein Film, der stand auch auf meiner Liste drauf, dass ich den auch sehen will. Und bin ich natürlich glücklich für 15 Euro, diese Blu-ray bekommen zu haben. Ja. Ja, dann haben wir ein bisschen weiter geguckt. Sind dann auch dementsprechend irgendwann zu den Mediabooks gekommen. Und Mediabooks gab es diesmal, kam mir so vor, nicht so viel wie sonst immer auf den Börsen. Diese Börse gab es, glaube ich, deutlich mehr Amaray-Stände. Was ich jetzt nicht schlimm finde, Amaray-Stände kaufe ich mir auch gerne. Aber Mediabooks gab es nicht so viele, aber zumindest kam es mir so vor. Aber dennoch habe ich was gefunden, was auch schon seit Release auf meiner Liste stand. Wo ich auch sehr viel Bock drauf hatte. Ja, da mir der Release Preis, ich glaube der Release Preis war bei 40 oder 42 Euro, war mir das ein bisschen zu teuer. Deshalb wollte ich noch ein bisschen abwarten. Habe ich mir hier geholt, From Beyond. Ja, AT4 Entertainment, natürlich teuer. War hier für 35 Euro. Deshalb also 5, 6, 7 Euro billiger als an Release. Deutlich günstiger wird es auch nicht. Für meine Stuart-Gordon-Sammlung. Da, bei Stuart Gordon möchte ich ja eigentlich jeden Film im Mediabook haben. Deshalb From Beyond. Und ja, den Film kenne ich noch nicht. Habe ich aber sehr viel Lust drauf. Und von diesem Film wird auch auf jeden Fall ein Unboxing kommen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, dann kurze Zeit später waren wir dann an einem Mediabook Stand, wo es dann doch sehr, sehr viele Mediabooks gab. Also da war wirklich alles kistenweise aufgerichtet mit den Spines nach oben, sodass du dir ein Mediabook nach dem anderen angucken konntest. Da waren hunderte, vielleicht sogar Tausende. Keine Ahnung. Das waren deutlich größer als alles, was ich bisher gesehen habe. Aber das war auch einer der wenigen Mediabook-Stämme. Und da habe ich für einen günstigen Preis, ja, viele werden ihn kennen, einige nicht, Rubber. Ja, die Leute, die ihn kennen, werden jetzt sagen, oh mein Gott. Hier geht es um einen Autoreifen, der Amok läuft. Was soll man dazu sagen? Sehr trashig. Die einzige Version, wo man diesen Film auf Blu-Ray Uncut bekommt in Deutschland. Und ganz ehrlich, da habe ich Bock drauf. Ich habe Bock auf so einen Trash. Trash-witzigen Horrorfilm. Ja, wenn es überhaupt Horror ist, ich denke mal, das ist so eine Trash-Komödie oder sowas. Aber Rubber wollte ich schon auch eine längere Zeit mal sehen. Hatte ich jetzt aber nie auf dem Schirm, so jetzt unbedingt zu kaufen. Aber für 15 Euro in diesem schönen Cape Light Mediabook, da macht man glaube ich nichts falsch. Ja, und dann habe ich jetzt für mich auch das Highlight der Börse gefunden. Einen Film, den ich schon mal gesehen habe, den ich gut fand. Und wo mich nur ein einziges Mediabook richtig geflasht hat, sage ich mal so. Dieses eine Mediabook wollte ich haben, genau in diesem Cover. Und ausgerechnet dieses eine Mediabook in dem gleichen Cover, wie ich es haben möchte, das gab es. Sehr geil. Und zwar handelt es sich dabei um Cube. In diesem Cover B. Genau, Cover B ist das. Und ich wollte nur dieses Cover haben. Also ich finde dieses Cover, das sieht so geil aus. Ich habe es auch schon mal in einem Unboxing gesehen. Deshalb hiervon wird kein Unboxing mehr kommen. Da gibt es genug auf YouTube. Aber dieses Mediabook ist mittlerweile selten wie sonst was. Viele, die den Film Cube im Mediabook haben wollen, die wollen auch dieses Cover haben. Da gehöre ich auch zu. Und ich habe es hier schön für 35 Euro bekommen. Was mich sehr freut, weil das habe ich jetzt auch schon auf Ebay oder in Facebook-Gruppen habe ich dieses Mediabook für über 50 Euro weggehen sehen. Und ich habe es hier für 35 Euro OVP bekommen. Deshalb, das freut mich auf jeden Fall. Der Film ist gut. Und das Cover ist sehr, sehr gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich auf jeden Fall das Highlight der Börse gewesen. Ja. Und dann haben wir mal so ein kleines Päuschen gemacht. Haben wir ein bisschen was gegessen, getrunken. Sind wir rausgegangen aus diesem Zelt, wo die Börse stattgefunden hat. Und ein bisschen frische Luft getankt. Ja. Und draußen waren auch ein paar Stände. Also nicht viele, aber draußen lagen ein paar Hardboxen rum. Normale Blu-Rays und sowas. Ja. Und da habe ich einen Film gesehen. Den habe ich auch schon mal in dem Mediabook gesehen. Das Cover fand ich übelst cool. Und dann habe ich das sofort wiedererkannt. Auf Blu-Ray. Ja. Ein sehr, sehr alter Film. Und zwar Der Fluss der Mörderkrokodile. Ja. Wird den meisten wahrscheinlich nichts sagen. Ich habe bis vor ein paar Wochen habe ich auch noch nichts von diesem Film gekannt. Aber scheint ein Tierhorrorfilm zu sein. Aus dem Jahr 1979. Also. Und für 5 Euro habe ich dafür bezahlt. Da macht man glaube ich gar nichts falsch. Hier natürlich die Uncut-Fassung. Ist nur FS-Cut 12. Aber passt würde ich sagen. Hauptsache der Film unterhält mich. Ich kriege ein bisschen coole Tierhorror-Action zu sehen. Und dann bin ich schon glücklich. Sag ich mal. Ja. Dann kommen wir auch noch mal zu einer anderen Sache. Diese Reihe, die ich euch jetzt zeige. Die habe ich immer noch. Also die hatte ich bisher auf DVD in der Sammlung. Die habe ich dann da jetzt für 20 Euro auf Blu-Ray gesehen. Da habe ich mir natürlich dann sofort die ganze Reihe auf Blu-Ray mitgenommen. Ja. Die Nightmare on Elm Street Collection. 20 Euro macht man da bei 6 Filmen. Sind das ja glaube ich. Oder. Ach Quatsch. 7 Filme sind das. 7 Filme. Da macht man glaube ich nichts falsch. Und ja. Umgerechnet sind das nicht mal 3 Euro pro Film. Freue ich mich schon. Die werde ich dann irgendwann in Zukunft auch mal komplett durchgucken. Dann werde ich dazu noch ein Ranking machen. Mit dem Remake natürlich. Das Remake muss ich mir noch zulegen. Und genau. Ich glaube mit so einer Nightmare on Elm Street Collection für 20 Euro macht man gar nichts falsch. Ja. Das waren erstmal die Sachen von der Börse. Aber ich habe noch eine Sache. Die zeige ich euch gleich. Wir haben uns nämlich. Also ich habe mich dann nämlich mit dem Filmangler. Mit dem Moviepicker. Und allen möglichen weiteren fucking Freaks und sowas. Haben wir uns dann auf einem Parkplatz getroffen. Haben ein bisschen gelabert. Haben ein Gruppenfoto gemacht. Das werdet ihr dann wahrscheinlich beim Moviepicker auf dem Kanal sehen. Wenn er mal das Video hochlädt. Und ja. Einfach mal gequatscht und alles. Und da so viele von den Leuten Tauschmaterial da hatten. Wurde ich dann vom Moviepicker angesprochen. Und da meinte er. Ja. Guck doch mal durch. Vielleicht hast du auch Bock auf irgendeinen Film. Vielleicht findest du da einen. Das sind einfach alles Filme. Die brauche ich sowieso nicht. Ja. Und dann dachte ich mir. Guck ich mal durch. Ähm. Ich glaub zu was. Zu einem geschenkten Film sagt man nichts. Und dann habe ich mir hier noch von ihm. Weil er die Blu-Ray nicht mehr brauchte. Rampage. Ähm. Mitgenommen. Genau. Rampage hier mit The Rock. Den Film fand ich ziemlich gut. Also hat mir sehr gut gefallen. Und den wollte ich sowieso ganz gerne in der Sammlung haben. Ähm. Da geht nochmal ein großer Dank an den Moviepicker raus. Und äh. Ja. Dann nachdem wir die Fotos gemacht haben. Ein Video. Dazu kommt natürlich auch noch mit einigen Leuten. Das werdet ihr dann auch beim Moviepicker auf dem Kanal sehen. Ähm. Danach war Schluss. Hm. Der Börsenbesuch war vorbei. Ich bin dann noch schön zum Burger King gefahren. Hab mir dann noch schön was zu essen geholt. Und ja. Jetzt sitze ich hier. Und zeige euch meine Sachen. Hm. Ja. Das war der Tag auf der Filmbörse in Neuss. Es war natürlich wie immer schön. Ähm. Ja. Aber es wird jetzt vorerst erstmal für mich die letzte Börse sein. Das kann ich schon mal sagen. Über den Sommer ist es jetzt nicht geplant, dass ich auf eine Börse gehe. Ähm. Vielleicht wenn es mal ganz spontan wird, kann man sagen, gut, dann gehe ich mal auf die Börse. Aber Börsenbesuche sind immer teuer. Und äh. Da möchte ich dann lieber mein Geld für die Weekend of Hell im Oktober glaube ich. Die würde ich dann, also mein Geld und sowas stecke ich dann lieber da rein. Bei diesem großen Event. Und deshalb, äh, würde ich sagen, macht man mal eine kleine Börsenpause und im Herbst wird es dann weitergehen. Ähm. Ja. Da habe ich dann auch schon mit dem Andi von Filme4Life. Äh. Könnt ihr auch mal gerne bei ihm vorbeigucken. Mit ihm habe ich da auch schon gesprochen. Da wollten wir uns auch mal treffen auf einer Börse. Ich glaube in Münster. Irgendwann im Herbst war das. Und äh. Ja. Bis dahin wird dann, sag ich mal, ein bisschen gefastet. Und an Börsenbesuchen erstmal gespart. Ja. Dann hoffe ich natürlich, dass euch das Ganze hier gefallen hat. Dass euch, äh, vielleicht die Sachen sogar gefallen haben, die ich mir gekauft habe. Ähm. Könnt ihr auch mal gerne schreiben, was euer Highlight ist. Und, ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.